Das Thema Fermentation ist mit Sicherheit in der Gastronomie noch lange nicht gegessen. Das sind unsere News. Digitalisierung ist auch in der Gastronomie nicht mehr wegzudenken. Am 26. Oktober findet genau aus dem Grund in Luzern im Restaurant Aqua zum dritten Mal der Digital Gastro Event statt. Neue digitale Tools und Services können getestet und ausprobiert werden. Auch Fachreferate von Experten stehen auf dem Programm. Ich erwarte eine spannende Inforeferate von Experten, wie beispielsweise Best of Swiss Gastro. Es gibt aber auch Erfahrungsberichte von sinnvollen Gastro aus Luzern, die ihr Erfolgserzept werden verraten. Und man kann Produkte und Services gerade vor Ort testen. Wichtig ist aber auch eine Plattform für den Austausch unter den Gastronomen selber, aber auch mit uns Swisscom, wo man sich informieren und inspirieren lassen will. Nur dann, wenn wir die Bedürfnisse der Gastronomen kennen, können wir sie auf dem Weg in die vernetzte Welt richtig unterstützen.